An die, die es nicht wissen, 3.14, warum bist du in der Runde, Mann? Schickt mir also welche. Oh Mann, ja, das kann nicht sein. Und ja, guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Bad Wars. Leute, wir haben 10k und wir spielen 8x1 in Team Gale, was wollt ihr mehr? Ja, und ihr seht schon, was ist denn das hier so rot und hier alles bla 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 und lol, die Blöcke kenne ich doch. Das Pack hier hat mir jemand geschickt von meinen Zuschauern und das ist extrem geil. Und zwar, Leute, ist es einfach mein 10k Pack, umgecolert in rot. Und ja, Leute, ich verwende das jetzt in den Videos ab und zu mal, weil es mir echt sehr gefällt. Ich muss einfach mal dazu sagen, Leute, das habe ich nicht selbst gemacht. Credits gehen an jemand anderes raus, ich weiß aber nicht, wer es wirklich selber gemacht hat. Also, mir wurde das zugeschickt und mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Es tut mir schon mal leid an der Stelle. Und ich habe es schon hart gefailt. Auf jeden Fall, Leute, Props an die Person, die es gemacht hat. Sie kann sich mal melden bei mir. Kriegt dann irgendwie was auf den Rang, auf den TS oder so, weil es ist schon ziemlich heftig, ne? Wenn man mal überlegt, Leute, das ist einfach nur recolored, aber es sieht heftig geil aus. Einfach rot. Und naja, die Blöcke, Leute, das erklärt sich von selbst. An die, die es nicht wissen. Drei Viertel, warum bist du in der Runde, Mann? Oh, ich hasse das, ne? Drei Viertel, kommt ja mal so an. Hallo, ich bin der Drei Viertel und ich bin komisch und ich habe kein Leben. Ja, also drei Viertel Grüße gehen an dich raus. Du, ich war, also ich frage mich halt auch ein, zwei Leute. Was ist das hier? Wie kommt man darauf, das Rot zu machen? Also ich meine, das ist ja üblicher Masterplan gewesen, aber wirklich Grüße an die Person, die das gemacht hat. Nochmal Realtalk. Danke einfach. Naja, ist einfach ein nices Pack. Wenn ihr das haben wollt, ich release das, beziehungsweise ich verlinke das für euch, damit ihr das spielen könnt. Ihr wisst Bescheid. Onkel Feuerstein, der weiß Bescheid. Aber schon geil irgendwie, dass wir jetzt schon die 10.100 Abos haben, ne? Weil es geht verdammt schnell, Leute. Ihr müsst es selber zugeben. Es geht viel zu schnell eigentlich. Und ja, einfach mal ein riesiges, fettes Monster. Dankeschön dafür. Also kein Doppelpiece. Nein, Monster Maximus Piece. Nein, Dreiviertel. Du kleiner Sch... Ne, hör auf. Dreiviertel. Verpiss dich, bitte. Geh weg. Ne, jetzt mal ein Auge-Joke. Kann er nicht mal weggehen, Mann? Also mal Realtalk. Nein, ich hab mich selbst gesleebt, Mann. Wie dumm kann man sagen? Bei Anti-Cheating ist auflängengegangen. Leute, auf meiner Lieblingsmap geht es jetzt auf jeden Fall weiter mit dem Holzkin. Ist auf jeden Fall okay. Auf jeden Fall, Leute. Schaut auf jeden Fall bei der Person vorbei. Ich werde sie direkt anpinnen, wenn die Person es... Ja, mir einfach sagt... Ey, Digga, vollstand. Ich hab das Pack gemacht. Du weißt Bescheid. Und das ist einfach mal ein riesiges Stunk. Und ein Monstrum Maximus Piece geht da raus an die Person. Weil ich benutze da tatsächlich auch privat sehr, sehr viel. Oh, er hat einen Block-Avigie gemacht. Ne, das kann ja nicht sein, ne? Also, mein Realtalk, Leute, das kann nicht sein. Wenigstens muss er jetzt auch sterben, ne? So, easy. Easy, easy. Schritt 1. Ihr holt euch Block, hier holt euch Equip. Schritt 2. Ihr geht auf den One-Stack. Schritt 3, Leute. Ihr baut euch einfach rübergehen. Joa. Schritt 4, ganz easy. Einfach wegstompen. Und ihn richtig hart... Ich hab ihn so zerstört. Zerstört. Einfach weiterbauen. Ich mein, ich hab zwar kein Bett mehr, Leute. Aber wisst ihr was? No risk, no fun. Wie sieht's aus, Jungs? Wie sieht's aus? Bett Nummer 2 geholt. Also, Leute, einfach mal kein Thema heute. Einfach ganz gechillt, ein bisschen zocken, ein bisschen ausrasten. Das Ding ist einfach... Mir gefällt wirklich der, äh... Ja, dieses Engagement, sag ich mal. Was meine Abonnenten mir momentan an den Tag legen. Denn das ist halt schon krass. Einfach mal so ein Packung gepixelt. Ich weiß zwar nicht, wie viel Arbeit das ist. Weil ich selber... Ich mein, ich hab zwar selber... Ja, die Mittel, sag ich mal. Aber genau weiß ich nicht, wie lange sowas braucht. Und es sieht echt mühselig aus. Wenn ihr einen Feuerstein, beziehungsweise Feuer oder Stein oder A-I-H-Rechtschreibfehler-Namen, irgendwie sowas, was mit meinem Namen zu tun hat, habt, dann kommt ihr mal ein FL. Aber nicht mit Skin oder mit Donation oder sonst was. Oder einfach so. Also schickt mir am besten kein FA. Und das ist ziemlich doof. Dann muss ich ihn mal ablehnen. Und dann schicken wir immer irgendwelche Witzbeute so. Äh, hallo, ich möchte dich ätten, hallo. Und ist halt unlustig. Und deswegen, ja. Schickt mir also welche. Ah, Mann, der hat... Das... Das kann... NICHT seiiiinnn. Was ist das für ein Skin? Ich weiß halt nicht. Also, was sind das für nix? Also, Maria Talk. Wer macht die? Wer sucht sich die aus? Leute, jetzt müssen wir es aber mal schaffen. Hier ist auch ein Top-Ten-Spieler. Wird bestimmt spaßig. Grüße an Zoronix. Oder Zoronix. Oder Zoronix. Keine Ahnung, Leute. Ich kann das leider nicht aussprechen. Ich kann das nicht aussprechen. Das ist eine sehr große Herausforderung für mich. Du weißt, ich bin britisch. Leute, falls ihr euch gewundert habt. Oh, der von euch dann hat... Da habt ihr irgendwie nicht so die beste Qualität von dem Hausherrn. Oh, Leute. Das liegt auch nicht daran, dass ich irgendwie scheiße bin. Nein. Das liegt einzig und allein daran, dass mein PC kacke ist. Und Leute, das ändert sich im Februar. Also, einfach mal abwarten und Tee trinken, Freunde. Weil dann habe ich einen besseren Prozessor und eine bessere Grafik. Karte. Acker. Acker. Ne. Wie hat denn der mich da geschlagen, Alter? Oh, Mann, ey. Hä? Als ob der stand hinter mir war. Was ist denn das? Also, Maria Talk. Was habe ich mir dabei gedacht? Habe ich mir so gedacht, ja, okay, das ist vollständig. Aber er kann ruhig so einen komischen Höhlenmenschen-Dealer haben. Ich meine, ist ja gar nicht schlimm mit Betterhead. Jetzt sieht das auch gar nicht irgendwie tartet aus oder so. 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 Easy. Leute, ich möchte mal jetzt mal gewinnen. Mann. Ich verliere echt an. Nein. Ja, Leute, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich hole mir ein Korbohab. Verdammt nochmal. Und dann mache ich mir hier eben vollekul. So. Zack, zack, zack. Und fertig ist die Geschichte. Mal ganz ehrlich, ne? Ich verkack alles, ne? Es ist einfach... Es ist verdammt traurig. Deswegen einfach, Leute. Ich mache hier keine Faxen. So, Freunde. Da schreit ich mal jetzt voran. Hol mir das Bett von dem Pepito 3D-Typen. Damit ich das doch ja nicht vergesse hier. Das Battle beginnt, Leute. Das Battle beginnt. Sowas von, ne? Oh mein Gott. Ich werde mich jetzt backbotteln. Und richtig überraschen. Also so richtig in die Phrase. So, Leute. So. Und jetzt einfach abwarten. Einfach abwarten. Einfach abwarten. Ist doch geil, ne? Und getrackt. Doch. Ist ja doof. Ist ja doof. War ja gar nicht die Feuerstein-Taktik, ne? Leute, merkt euch. Die Feuerstein-Taktik. Wer das nicht macht, der ist dumm. Der verschenkt einfache Punkte und wins. Ganz ehrlich. Leute, es geht um Taktik. Nicht um CPS. Damit würde ich sagen, haut rein. Wenn ihr den PvP-Barber-Feuerstein unterstützen wollt, haut rein. Abonnieren. Spenden. Und ich würde sagen, haut rein.